Hallo, willkommen zurück, meine Freunde, zu Darksiders. Wir sind mit Krieg hier unterwegs in den U-Bahn-Schächten und so weiter, um die Quälerin zu finden. Letztes Mal sind wir hier durch dieses Dings getaucht und jetzt müssen wir schon wieder weiter tauchen. Mal gucken, was wir hier so schönes finden können. Erstmal nach unten. Ja, hier sind schon wieder Fische. Oh na, hier haben wir eine Strömung, die lässt uns nicht durch. Ja, wie gesagt, es ist ein Adventure. Und wir kennen ja viele Thematiken aus Adventures, wo man halt erstmal irgendwo hingeschickt, wo man halt, wie ich war, sich erstmal einen Zugang versampfen muss. Und hier haben wir eine Dämonen-Kist, eine irgendwie hier schon. Ah, Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von erschlagenden Feinden eingesammelt werden. Schön. Eine neue Erweiterung für unsere Waffen. Wir haben jetzt, wie ihr seht, schon fünf von den normalen, aber noch keine von den legendären. Waffen-Erfahrung, ja, das wollen wir mal nicht noch lassen. Das andere war Waffen-Meister. Ähm. Nö, den Schaden, der durch Waffen verursacht wird. Hm. Ja, eigentlich... Ich denke mal, werde ich die noch lassen. Ich meine, mehr Seelen... Ja, wäre sicher auch nicht verkehrt, aber ich denke mal... Moment, jetzt wäre das andere erstmal noch lieber. Wie gesagt, wir werden ja bald noch eine dritte Waffe haben, der wir noch ein paar Seelen dazuweisen können und dann werden wir weitersehen. So, hintauchen. Und hier ein weiteres Zorn-Kernteil, das ist wirklich sehr schön. Hier haben wir eine Truhe und Seelen. Kann man auch nehmen. 5000 haben wir schon wieder. Jetzt geht der... Propeller dort aus. Und... Ja, wir können einfach weiter. Fische. Aber eigentlich Fische auch. Ah, die sind elektrisch, kann man natürlich nicht anfangen. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Ja, wir haben ein weiteres... Das ist... Äh... Ich weiß nicht, ob ich auch noch Fische habe. Hier, weil der Strom jetzt ausgeschlagen ist, oder? Waren die alle hinter dem Strom? Ja, wie gesagt, hier war der Strom, die Strömung, die uns hier nicht durchlassen ist, können wir hier weiter gucken. Um und wir erfinden... Wir erfinden natürlich den Schlüssel. Ja. Ich gehe aus. Wenn du dich die Tür da hinten lässt. Äh... Äh... Tür aufkicken. Wir... Aha. Und wie ihr seht, in diesem Raum werden wir... Iiii... Äh... Ja, den Gegenstand dieses Dungeons, wenn man so will, bekommen. Da ihr überall das Eis seht, könnt ihr euch denken, was das sein wird. Da ihr da hinten eine Truhe seht... Mit Energie könnt ihr euch denken, dass wir auch darum wieder kämpfen müssen. Ja, es ist ein Handschuh. Ein richtig dicker Handschuh. Und wie ihr seht, er kann mal eben die Eisblöcke wegsmaschen. Tremor Handschuh. Ein Kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben ist, wenn er aufgeladen wird. Und zum Aufladen des Handschuhs dreieck gedrückt halten. So, und da wir jetzt den Handschuh haben... Können wir... ...noch eine weitere... ...zuweisen. Blutdurst... ...saugt Waffenschaden auf und wandelt ihn in Gesundheit. Interessant. Und... ...wüßern? Ne, warum brauchen wir nicht? Oder Schnitter? Obwohl, das Schnitter müsste bei der Sense zugewiesen sein, aber ich will eigentlich, dass die... ...erste mal noch den... ...erst mal noch den... ... oder... ...weißen wir diesen mal den Ding zu... Im Vers里te? ... ... ... ... ... den stüttern wir war genau auf liere kriegt der handschuh weil gesagt den handschuh werde ich nicht leveln die senden werde ich noch ein paar mal gebraucht um sie zu leveln nebenbei und wie gesagt das schwert ist okay wird die hauptwaffe bleiben der handschuh wird halt nur als schwer eher gegner benutzt obwohl er halt auch als waffe benutzt werden kann okay gut so kann man das wechseln so okay wie gesagt natürlich müssen wir auch hier kämpfen und er bleibt natürlich nicht alleine er kriegt doch ein bisschen verstärkung ja der gehört zu den typen ja den kann man irgendwie noch besser steuern glaube ich der nicht sofort tot ist sondern den man kurzzeitig steuern kann ja jetzt noch mal zack gutal den kopf weggeschlitten hey 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 meine freunde die dritte waren nicht so an der ruhe ja diese scheiß typen mit ihren bürgerattacken ich hatte bürgerattacken die schweizer sind so also so jetzt noch nur einer und hier ja du Hier kommen noch mehr und noch ehe. Oh, verdammt. Oh, ich hoffe. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen geatet, damit ich es greifen. Irgendwo war doch hier eine Spur. Hier. So, waren Sie jetzt alle, meine Freunde? Jawohl. Da oben sehen wir doch eine Truhe, die wir brauchen werden. Und da ist der Ausgang. Eigentlich gleich zu raten, was in der Truhe drin sein wird. So. Und jetzt den Handschuh, den wir dann etwas aufladen. Und ihr könnt euch vorstellen, was auch in Adventures nicht unüblich ist. Der Handschuh wird natürlich im Bosskampf eine Rolle spielen. Genauso wie die Kreuzklinge bei Ciamat. Natürlich ist hier der Schlüssel für die Tür hier drin. Soll es auch anders sein. Ist hier noch irgendwas? Ne, ne. Dort sind wir hier gekommen, ja. Ja. War schon ein heftiger Kampf, nicht wahr? Um den Gegenstand des Dungeons. Aber warum haben wir unsere tolle Dämon-Zornes vor, wenn wir sie nicht benutzen, nicht wahr? Ähhhhh... Ja. Moment. Mal gucken, ob hier oben ist. Moment. Also hier ist gar nichts. Das sieht nur so aus, der Top. Okay. Also hier unten so weiter. Ja, unser Krieg kann natürlich... Unendlich die Luft anhalten. Wie viele andere Helden, Videospiel-Helden auch. Nicht wahr? Aber nicht alle, wie wir wissen, können nicht alle Videospiel-Helden. Unendlich die Luft anhalten. Es gibt auch genügend, die... regelmäßig atmen müssen und so weiter. Hier ist eine Truhe mit Energie. Okay, die wird jetzt mal leichtfertig verschwenden. Hier ist eine mit Zorn, die werden wir nehmen. Da können wir ja nicht unsere tollen Zornes auch einsetzen. Was ich eben im Kampf nicht konnte, weil ich zu wenig hatte. Weil ich glaub, die zweite Stufe braucht schon etwas mehr. Zorn, so. Hier haben wir einen kleinen Rätselraum. Der damit zu tun hat... Dass wir... Ich glaub, das ist eine Kiste oder irgendwas, die man hier schieben kann. Und das müssen wir da irgendwo hinbringen, dass wir da hoch können. Und hier haben wir diese Hebebühnen. Die wahrscheinlich... Für die Wartung der Züge oder Ähnliches gebraucht wurden. Für die Wartung der Züge oder Ähnliches gebraucht wurden. Für diejenigen hier... Die lassen sich hier... Entsprechend hoch und runter fahren. Und da... Dann müssen wir das ein bisschen. Ja... Rücken Sie, während Sie ein Objekt verschieben. Ja, eine weitere. Das war natürlich scheiße. Äh, ach so. So. Da kann man direkt hier rüber boxen, ich weiß es nicht. Kann sein, darf nicht werden. So. Ja, das ist so eine, ja, keine Ahnung, könnte es sein, eine Turbine, oder? Block, oder was, whatever. Ach so, man kann das runter schieben, also muss man aufpassen. So. Moment, mein Glaube, wir wissen, Sie hier. Runterfahren. Ich weiß, wenn... Oh. Hier haben wir noch eine weitere, ein zweites Artefakt. Von einem Soldati. Mal gucken. Mal gucken. Ja, seht mal, wir haben sogar schon, wir haben jetzt acht Stück. Das heißt, noch zwei, wir haben die Hälfte der Soldati und die Kapos, wie es bei der Mafia schon heißt, die Meister, die Kapos. Wir fehlen halt noch fünf und der Pate, also der, ich glaube, Fürst oder so heißt der hier. Aber wie gesagt, ich weiß genau, wo der Fürst zu finden ist. Und so weiter, also das ist nicht so schlimm. So. Das ist alles machbar. Machbar. So, ich nehme mal wieder diesen, ja, whatever Motor, Turbine, whatever das sein soll. Ah, ja, ist richtig, verdammt. Scheiße. Gucken wir mal, dass das Ding ganz runterfährt. Ah ne, es fährt noch höher. Oh. Aber wo ist Wasser hin? Oh. Wir haben ein schlechter Lauf. Tut mir leid, meine Freunde. Aber wir kriegen das hin. Ja, wie gesagt, diese Art von Adventures, wo man halt die Welt erkunden kann, viele Dinge erforschen kann, finden kann, sammeln kann. Das ist so meine Art und die Art, wie ich sehr gerne mag. Wie gesagt, die ganzen Zelda-Adventures. Die dazugehören und so weiter, so. Wie gesagt. Hallo, was macht der denn, was macht der denn das immer zu mir? Ich drücke doch gar nicht auf den Knopf. So. Jetzt nochmal hier hinstellen. Hier nach oben fahren. So. So. So, und dann denken wir mal... Ich werde auch nochmal nach oben fahren. Ich denke, ich schicke ihn weiter hier mit her neben. So, und jetzt haben wir's da rüber gebracht. Jetzt fahren wir die Bühne wieder hoch Und so haben wir ein schönes Rätsel gelöst Zack, dagegen Ja, halt nicht wirklich was Unbekanntes Hat man auch schon 1900 Ventures gemacht Eine Kiste irgendwo hinschieben Achso, ne, das sieht hier auch wieder so aus Als könnte man da hin Aber glaub mir, man kann da nicht hin Und da ist auch nix Gibt's hin und wieder mal so ne Stellung und denkt Sieht so aus und da kann man da hin Aber ist halt nicht so So Hier der eigene Überwendungsweck des Handschuhs Zack So Aha Jetzt kommen wieder hier diese Zack Ja Ja Die Überwendungsweck kann man schön nutzen Um wieder ein bisschen Energie zu kriegen Ja, wahnsinnig viel ist es nicht, aber Es ist ein bisschen so So Bevor wir da rüber gehen, meine Freunde Möchte ich mich wieder verabschieden Und mich bedanken, dass ihr mir zugesehen habt Und ja, bis zum nächsten Mal Ich bin Andy